Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Die heutige Losung aus dem Propheten Jeremia kommt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Und doch ist sie heute so aktuell wie einst. Die Menschen damals hatten sich dem Gott Baal zugewandt. Er war der Gott der Kraft, der Gewitterstürme und des lebensnotwendigen Regens. In ihm und mit ihm verehrte man Gewalt, Fruchtbarkeit und Potenz. Der Prophet Jeremia schallt die Menschen dafür. Hatten sie doch den Gott ihrer Väter und Mütter verlassen, den Gott, der ihnen schon viel Gutes getan und sie aus mancher Not gerettet und auf seine ganz eigene Weise aus der Sklaverei befreit hatte. Jeremia erinnert sie daran. Leben ist ein Geschenk. Leben ist angewiesen sein und in Beziehung sein mit dem Lebendigen, mit allem Lebendigen. Und tatsächlich, die Menschen damals ließen sich rufen und mahnen und kehrten sich wieder hin zum lebendigen Gott, dem Ich-bin-da. Ja, so könnte man den Namen Gottes übersetzen. Ich habe mich gefragt, wie das bei uns, bei mir heute ist. Wem und worauf vertraue ich? Ist es vor allem ein starkes Auftreten, Kraft und Gewalt? Oder kann ich mich damit anfreunden, in Beziehung zu leben, abhängig zu sein, abhängig von Gottes und der Menschen Hilfe? Darüber nachzudenken, dazu fordert dieser Bibelfers auch uns heute auf. Und ich denke in diesen Tagen natürlich auch an den modernen Staat Israel, einerseits in seiner Bedrohtheit von außen, andererseits aber auch mit der Frage, worauf Israel heute sein Vertrauen setzt. Möge es nicht nur militärische Stärke sein. Und von Herzen bitte ich Gott, dass er die Politiker leiten, ihnen Wege zeigen und die Bereitschaft schenken möge für ein respektvolles Miteinander der Völker, damit Friede werde. Und damit alle am Ende Gott loben und mit Maria singen können, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Einen Tag im Vertrauen auf Gottes Hilfe wünscht Ihnen Hanna Hartmann aus der Martinsgemeinde in Tübingen.